Hallo und Willkommen zurück zu Jackaligns Online Reloaded und es geht weiter mit Grind. Was war das eigentlich für eine Stufe? Keine Ahnung. Ah, da kann man es sehen. 37, ja und das hier geht erst in 30 Stunden los. Ich habe auch keine Lust so lange zu warten. Wir werden daher, ich weiß auch nicht wie viel mehr Erfahrung man da bekommt. Hier das nochmal machen. Vorbereiten. Oder Moment, hatten wir noch Sachen mit? Ja, dann sortiere ich das erstmal wieder aus. Leichte Rüstung. Das ist schon ein bisschen viel davon. Juggahelm. Ist aber ziemlich schlecht. Dieser massive Helm gehört zum Juggernaut Anzug, besteht aus einem Stahlgerüst, das mit Carbon Faser überzogen ist. Das Visier ist aus verstärktem Transpex und hält sogar große Kaliber auf. Ich werde das zwar mal aufbewahren, aber ist wahrscheinlich ziemlich unsinnig. Ump. Kann der mal gucken. Und das hier ist sehr schön, braucht aber auch die nächste Stufe für. Dann können wir das hier verkaufen. ähm. Ja, 82 bis 106. Macht weniger Schaden, hat weniger Reichweite. Rückstoß gleich, plus 1, 14. Verbraucht weniger AP zum Schießen. Ja, und das ist auch der Hauptbonus davon. Ja, machen wir mal. Die lege ich aber auf Seite. Gucken. Ähm. Verschießt 45er. Ja, nehmen wir die. Also, Taktikrüstung. Ja. Okay. Dann können wir wieder los, wieder die Mission machen. Dann müsste man aber auch diese Mission noch 10 Mal machen, um hier auf 49 zu steigen. Also, das ist auch ein bisschen... Krass. Ähm. Ja. Mission beginnen. Da haben sie auf jeden Fall das Balancing am Ende verkackt. Umsch. Ja. Denken. Die. Ihr seht. Die. 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 Der muss wieder die ganzen Kugeln einstecken. Ich habe es geschafft. Lass uns schon etwas machen. Und dann können wir loslegen, auch wenn jetzt noch nicht alle so 100% gestanden haben. Der müsste weg. Den kann ich aber leider nicht erreichen. Wir könnten das... Ja, das könnte... Machen wir es so. Hm. Na. Gut, aber die anderen, die müssen halt erst ranlaufen und können dann wahrscheinlich nicht mehr schießen. Das war jetzt nicht so gut. Na ja. Ah, okay. Äh, das war nicht meine Absicht. Ich wollte eigentlich bürsten. Ah, okay. Na, 246. Okay. Damit ist der schon wieder so ziemlich tot. Noch bevor es überhaupt richtig losgegangen ist. Vielleicht sollte ich diese Position hier auch gar nicht belegen. Ich kann dann drauf verzichten. Oh, Gott, ich liebe es. Der geht auch auf der Seite, sonst kriegt er es gleich von den Snipern rein. Bleibt noch Aira. Da sind die zu weit weg. Ja. Die Armee. Ich wusste, wir würden sie später oder später sehen. Drei Sniper. Ja, und das ist ja auch ein Sniper im Grunde. Ja, es ist. Mhm. Ja. Oh, mein Gott, das ist so revolte. Okay. Gut. Ja, halten wir mal so. Ist natürlich auch hier etwas super optimistisch. Ja, laden wir lieber nach. Ah. Okay. Okay. Shit. What? Mhm. Mhm. Sauber. Sehr gut. Wir sind im Moment. Ja. 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 Okay. Dann. Okay. Ja. ... Hmmm... Glück gehabt... Wie kann jemand das sehen und nicht fragen, was wir machen für ein Leben? Ja, sauber. Hm. Sammeln wir mal ein bisschen Kram. Sammeln wir mal ein. Ups. Ich bin hier. 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 Okay, den hat er mich schon gesehen. Ich bin hier. 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 das umdrehen hat jetzt wieder hervorragend funktioniert dann stellen wir die anderen schon mal wieder hier unten auf glück abst du mich daneben geklickt das wärmt up gott Hm, auch nichts zu sehen. Wir haben unfriendlich. Okay, der kriegt es natürlich jetzt ein bisschen ab. Eventuell könnten wir den aber auch hiermit unterbrechen und erschießen. Meister Schütze. Was brauchen wir hier nochmal? Kopfschüsse haben wir schon alle. Eine Sache weniger. Mhm. Riot ist fertig. Was hast du nächstes? Na, shit. Solche Taste. So, dann... Die kann hinten diesen Müll mitnehmen. Wobei, dann ziehen wir die auch noch mit. Okay. Okay. Ich bin fertig. Schütze. Stand by. Ha, 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 ha. Someone took a little too much off the top. Mhm. Mhm. Mich wundert etwas, dass wir da niemanden sehen. Okay. Hey. Ich zieh die beiden mal da hin. Da sind die absolut sicher. Können zur Not aber recht schnell nach vorne. Zur Action laufen. Ich bin auf. Ich bin tot, dass du nicht mehr dabei hast. Ich bin tot, dass Leute die Rechte nicht gut sind. ... ... ... ... ... ... ... ... Jemand hat ein wenig zu viel aus dem Topf genommen. Das ist fertig. Ich schaue eine neue Richtung. Krink Niemand zu sehen Das heißt, die anderen können nachlaufen Und den kann ich hier oben irgendwo hinstellen, da zum Beispiel, dann könnte der eventuell Da runterballern, wenn nötz, und mal da hin Mm-hmm Okay, ein Sniper dabei Reichweite ist nicht optimal, aber es funktioniert Kann der irgendwen von der Position aus treffen? Nö Das ginge, wäre aber nicht optimal Das wäre super Nochmal anders So So Aha Los geht's Vier Leute gilt es zu töten Das war nichts Okay, dann nehmen wir hier Ja Kannst du mal den wegmachen? Ja Hahaha Wie kann jeder das sehen und nicht fragen, was wir für ein Leben machen? Was das ist das? Hm 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 Das Got'em Vielleicht steigt der mit dem Abschluss und ich die Bonus-Erfahrung noch bekomme. Ne. Ein bisschen fehlt. Ja, fertig geladen. So, das war für sie eventuell. Na, die ist schon besser. Wobei. Präzision. Ich packe es mal auf Seite. Ich nehme an, dass ich das nicht benutzen werde. Davon habe ich mittlerweile auch schon so viele. Das ist ein einfaches Gewehr. 49er-Gewehr. Haben wir auch schon eine bessere Version von. 46er-Gewehr. Ich glaube, das ist dasselbe, was die schon hat. Ja. Okay. Damit sind wir wieder bereit, um die gleiche Mission nochmal zu machen. Wow. Dann machen wir das doch. Der ist aber immer noch auf 47. Bei den anderen dauert es noch im Verhältnis ewig. Das haben die echt mal scheiße gemacht. Das haben die echt mal scheiße gemacht. Machen wir das Ganze dieses Mal ein bisschen anders. So. Die kriege ich natürlich jetzt irgendwie nicht so wirklich... Wir können das als Deckung missbrauchen Okay, sowieso nicht Ich habe es geschafft, wir machen schon etwas Das sind schon etwas gott Flippin A Flippin A Naja, können sie direkt hinten. Oder die tauschen wir mal aus. Ja, mach ich. Dann könnte ich jetzt noch nicht loslegen. Ja, auch mal so. Denn da hinten kommen die Sniper nicht hin. Fangen wir erstmal. Fangen wir mal mit dem an. Nummer 1. Die kann nicht. Und das war's im Grunde erstmal. Dann gehen wir da hinter. Ja, das war's. Das war's. Boom, 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 boom. Mhm. Perfekt. Die Unterbrechung etwas zweckentfremdet. Das war's. Ja. Oh. Oh. Was ist ein Trageist? Schön. Okay, die muss er auf jeden Fall den töten. Das war's. All right, we've got unfriendly's. Autsch. Uninvited guest. Okay, ja, ganz unten kommen wir leider nicht hin. Treff doch! Okay. Okay. Siphon that spirit through a straw. Okay. Okay. Schießen. Da unten sehen wir niemanden. Machen wir trotzdem hier das zuerst. Okay. 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 Okay, bei ihr ist es jetzt ein bisschen kritisch. Okay. Okay. Äh. Ja, Glückwunsch. Okay. Okay. Äh. Das ist, wie gesagt, etwas unglücklich unten. Da können wir nur mit dem Minimum draufschießen. Schade. Ja. 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 Ich bin hier. Ich habe den Weg gemacht, aber ich werde mich nicht nur schmerzen, weil ich hier stehen werde. Da scheint aber niemand mehr zu sein. Okay. Dann können wir hier die Leute ranziehen. Jetzt habe ich aber schon drei, die sehr kaputt sind. Der müsste pullen. Das sind leider alles meine Sniper, die so kaputt sind. Entstanden. Eureka! Eureka! Mhm. 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 da ist niemand zu sehen die stelle ich dann so hin dass sie nicht von da aus weg gesnipert werden können falls da einer sein sollte das war jetzt auch nicht so geplant ich glaube damit gehört die auch zur gefährdeten sorte dann hat der noch am meisten mhm schön moment der kann ja gar nicht oder hätte ich unten beide schüsse drauf geben müssen hmm mhm das hier ist ein ekliger sniper besser wird es nicht ich kann nur einmal schießen weg ist er wieder ein sniper naja ja ist abgelaufen so 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 Er hat noch mal Glück gehabt. Oh Gott. Der läuft mit nach oben. Der muss gleich mal nachladen. Ich bin hier. Ich bin hier. Roger! Das ist vermutlich viel zu weit weg. Weiter geht's nicht. Das ist auch da zu weit weg. I'm all done! Geschafft. Er kann den recht sicher treffen. Der hier ist noch ein Problem. Bitte, 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 bitte. Ja. So, dann geht's jetzt die Runde los. Ähm, der kann im Grunde nur dahin schießen. Oder dahin. Oder dahin. Machen wir das. Besser als nichts. Dann haben wir die hier. Ja. Dann nehmen wir den hier zuerst. Der hier muss weg. Okay. Das wäre quasi die halbe Miete. Ah. Guck mal. Guck mal erst noch, dass der schießt. Die ist halt auch sehr gefährdet dort. Wo genau könnte die hin? Da. Machen wir mal ein bisschen anders. Ich sitz den auf Seite. Den Schuss mache ich hier jetzt gerade nicht. Lass ich die ein Stück laufen. Der kann damit nicht mehr angreifen. Nein. Ah. Ja, gut. Aber die Chance hat jetzt quasi bei jedem bestanden. Geschafft. Haben wieder einen Aufstieg. War sowieso mit einer der weitesten. Ne, die ist gestorben. Oder? Zumindest hat die deutlich weniger als alle anderen. Keine Ahnung. Ähm. Ja. Den müssen wir wieder anheuern. Und verbessern. Tsching. Was haben wir hier mitgenommen? Müll. Das war... Was ist ein Gewehr? Da haben wir, glaube ich, auch schon eins von. Tarnanzug. ... Was hat der denn noch hier? Ne. 90... 100... Das ist eigentlich ziemlich gut. Ja, nächste Mission. Naja, nächste Mission reicht immer noch nicht. Das dauert noch, bis der steigt. Ja, ja, ja. Und was macht das hier? Das dauert halt auch noch. Hatte ich ja auch vorher mal gesagt, dass das ewig dauert. Die brauchen Maschinenöl. Die brauchen Überwachungskameras. Die kriege ich halt da in der Mission nicht. Könnte man natürlich auch mal drauf gucken. Aber kann man jetzt hier nicht sehen, was man in der Mission bekommt, falls das nicht sogar Zufall ist. Künstliches Licht bringt. Tolle Sicht. Na gut. Dann ja, machen wir das beim nächsten Mal nochmal. Was? Das ist 50, aber Reputationslevel 49. Ja, okay. Dann würden wir die auch schon bald zur Verfügung bekommen. Naja, das ist bald. Dauert noch. Aber sobald die 49 sind, ist auch etwa das hier auf 49. Und dann sollten die freigeschaltet sein. Dann schauen wir mal, ob wir da vielleicht eine Mission von machen können. Ja, bis denn.